Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Based Podcast. Ich bin Dejan und heute bei mir, diesmal nicht der Nino, der macht gerade eine Fortbildung zum Zeitpunkt der Aufnahme, nein, ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Gunnar Lott ist heute bei mir und mit unserem medienpädagogischen Podcast haben wir natürlich eingeladen, da er den Erziehungsratgeber Elterngeheimnisse geschrieben hat. Hallo Gunnar, willkommen. Hallo, ich bin Gunnar. Ich erinnere mich kaum noch an den Elternratgeber. Oh, ja, nicht so schlimm, weil natürlich, ihr habt es auch schon gelesen, wir wollen über die Games-Historie reden, also quasi ein bisschen einen Überblick davon geben, wie sich Computerspiele, Videospiele im Laufe der Zeit entwickelt haben und wie sie zu dem geworden sind, was sie heute sind. Und da passt es natürlich ganz gut. Wir haben dich natürlich auch deshalb eingeladen, weil du unter anderem einer der Sprecher und auch Mitbegründer und Betreiber des legendären Stay Forever Podcasts bist. Genau, und ihr habt euch da mit sehr, sehr vielen Spielen aus der Geschichte auseinandergesetzt. Also wenn ihr es jetzt richtig gesehen habt, sind es 123 Computerspiele und dann nochmal im Super Stay Forever Format über 50 Konsolenspiele, die ihr behandelt habt, richtig in der Tiefe. Und was mir da halt sehr, sehr gut gefällt, ist es kein Laber-Podcast, sondern man merkt wirklich, dass ihr journalistischen Hintergrund habt und das Ganze richtig gut aufbereitet, redaktionell. Und da merkt man natürlich auch deinen Hintergrund. Du warst ja auch Chefredakteur bei GameStar und GamePro und Making Games. Also insofern, genau, das ist das, was ich qualitativ da sehr schätze und weshalb ich unglaublich froh bin, dass wir dich jetzt hier als Experten für die Videospielgeschichte dabei haben. Ja, jetzt schauen wir mal. Die Videospielgeschichte. Vier bis sechs Stunden werden wir schon brauchen heute. Ich hoffe, du hast genug Zeit mitgebracht. Naja, wir versuchen mal einen Schnellabriss, eine Tour de Force durch die Geschichte von vorne bis in die Jetzt-Zeit. Genau, genau. Also es geht natürlich nicht darum, jetzt jedes einzelne Spiel bis in die Tiefe zu beleuchten. Dafür gibt es ja euren Podcast, sondern wir wollen einfach einen Gesamtüberblick verschaffen und mal sehen, wie das Medium entwickelt hat über die Jahre und wie gesagt, wie es jetzt auch Teil der Jugendkultur geworden ist. Also ich kann mich erinnern, als ich groß geworden bin, klar, haben auch Jugendliche gespielt, aber es war eher eine Nische. Das war jetzt so in den 90ern. Bei dir, glaube ich, waren die 80er die prägenden Jahre, wo du dann irgendwie eingestiegen bist. Jetzt wäre aber natürlich meine erste Frage, wo denn für dich die Geschichte beginnt? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Film anschauen, da kann man mit Georges Méliès und den Gebrüder Lumière einfangen oder sowas. Gibt es so Klassiker. Und wo beginnt denn für dich die Computerspielgeschichte? Ach, ich finde, das ist gar keine leichte Frage. Ich finde, die Geschichte von Popkultursachen, die stark kommerzialisiert sind, also die halt überall kaufbar sind und spielbar sind, beginnen für mich auch da, wo sie professionell kommerzialisiert worden sind, weil da erreichten sie dann viele Leute. Also es gibt natürlich erste Computerspiele in den 60ern, erwähnen wir vielleicht gleich noch, aber für mich geht es erst in den 70ern so richtig los und auch so richtig erst in der zweiten Hälfte der 70er mit den Heimkonsolen wie dem Atari VCS. Ja, das gebe ich dir auf jeden Fall recht, weil wie gesagt, bei Computerspielen muss man ja zum einen so das handwerklich-technische, die Entwicklung sehen, ist auch übrigens das Medium, wo es am krassesten irgendwie einhergeht. Also die Entwicklung Computerspieles irgendwie geht Hand in Hand mit der technologischen Entwicklung. Wenn man sich jetzt beispielsweise Film anschaut, ja, da gab es irgendwann einen Tonfilm, dann kam Farbe dazu und dann hat sich mal ganz plump gesagt nicht mehr viel getan. Bei Games ist das Coole, dass man das ja wirklich auch miterlebt hat über die Jahrzehnte. Wenn ich jetzt starte, auch bei unseren Fortbildungen, gibt es ein Spiel, was ich eigentlich immer aufgreife, weil das einfach super schön anschaulich ist. Das ist Tennis for Two. Entworfen wurde das Ganze von William A. Higginbotham am Brookhaven National Laboratory. Und auch ein Grund, warum ich das immer nenne, ist natürlich auch, weil es einfach gut dokumentiert ist. Also muss man auch wieder sagen, wahrscheinlich gab es in den 50er, 60er Jahren ganz viele, die da irgendwie rumgespielt haben und irgendwie Videospiele im weitesten Sinne entworfen haben. Aber wenn das dort quasi auch noch schön dokumentiert war und auch zum 50. Jubiläum wurde das nochmal aufgegriffen, da gab es dann auch eine rekonstruierte Version davon, sodass es auch ein kleines Video gibt. Also wen es interessiert, wir verlinken es in den Shownotes, wo man sehen kann, wie dieses Ding aussieht. Das finde ich immer ein ganz schönes Beispiel. Du hast von Tennis for Two gesprochen, das ist von 1958. Im Jahr 1961 gab es den ersten Prototyp von Space War. Das hört sich auch gleich viel mehr wie ein Spiel an vom Titel her, so Space War. Und das war schon noch ein ganzes Stück weiter in Richtung richtiges Spiel, finde ich. Da ging es halt um Raumschiffe, die sich beschossen haben. Also ein einfaches Zweispielerspiel. Aber wie gesagt, es gab schon Raumschiffe, es gab Schüsse und es gab für die damalige Zeit sensationell in der Mitte des Bildschirms so eine Art Planeten, so ein Gravitationszentrum und die Spiele hatten so eine, also das übte eine Anziehungskraft auf die Raumschiffe aus. Und das sah schon ziemlich gut aus. Und diese beiden Spiele, sowohl Tennis for Two als auch Space War, haben dann auch später, als dann die Kommerzialisierung einsetzte, die eigene Spielegenres und eigene Nachfolger dann befruchtet sozusagen. Aber zu der Zeit war es halt noch an der Uni, experimentelles High-End-Zeug von Nerds an der Uni. Genau. Und gerade, ich meine, Tennis for Two, was ist der naheliegende Nachfolger, an den jeder denken würde? Pong, natürlich. Klar, das war dann so das Spiel, was es nicht nur in Spielehallen geschafft hat, sondern bis hin an die Fernseher. Ich glaube, man konnte dann sogar selbst ein bisschen modden, also indem man so die Widerstände verändert hat, dass man die Paddle-Größe noch einstellt und so weiter. Also auch das war ganz spannend. Aber vor allem war es halt ein Spiel, was wirklich in die Mengen der Wohnzimmer gekommen ist und dadurch halt sehr bekannt wurde und auch kommerziell tatsächlich erfolgreich war. Genau. Pong hat dann die 70er mitgeprägt. In den 70ern gab es ein Pong als Spielhallenspiel, als Automaten. Also einfach quasi eine Umsetzung dieses Spiels von 1958, nur halt jetzt professioneller. Grafisch kein großer Unterschied. Es ist halt immer noch ein paar pixelhoher Schläger und ein Pixel als Ball. Und dann war der Automat aber so erfolgreich, dass man dann angefangen hat, da Heimkonsolen zuzumachen. Und nicht so wie heute mit PlayStation 5 oder so, sondern es gab halt Home-Pong-Konsolen, die konnten halt einspielen, nämlich Pong. Also das eine Spiel halt zu Hause. Und dann kam später, 1977 kam dann, als der Atari VCS kam, da gab es dann auch Pong-Varianten auf dem Atari VCS. Also ein direkter Rückbezug auf 1958. Ich kann mich sogar erinnern, mein Vater hat vom Flohmarkt mal so eine Pong-Einponsole besorgt und tatsächlich, die hatte so einen Drehregler einfach, also gar keinen Joystick oder sowas, wie man es irgendwie verbindet, sondern einfach so ein Drehregler. Hat ja auch gereicht, um das Paddel hoch und runter zu bewegen und war tatsächlich auch für mich so einer der ersten Kontakte mit Games. Und dann ist natürlich auch so, es haben sich ja dann auch einzelne Genres, sage ich mal, entwickelt. Und vieles wurde natürlich auch von anderen Sachen inspiriert. Also es gab irgendwie Brettspiele, die irgendwie umgesetzt wurden, kommen gleich auf die 80er. Da wurden dann auch selbst Pen & Paper, hat dann eine große Rolle für Rollenspiel gespielt. Aber natürlich auch einfach das Buch oder einfach das Literatur selbst hat dann auch ein Genre begründet, weil man ja auch techniklimitiert war und Text so am Anfang so eine der Sachen waren, die man noch ganz gut darstellen konnte. Und so ein interaktives Buch, da war eins der ersten oder eins, was du auch als besonders wichtig achtest, Adventure. Ja, oder Colossal Cave Adventure. Es gibt halt verschiedene Namen, Advent oder Adventure oder Colossal Cave Adventure. Das war das erste bekannte Text Adventure. Text Adventure sind der Versuch, wie du richtig sagst, Bücher interaktiv zu machen, so wie heutige Computerspiele ja oft die Versuche sind, Filme interaktiv zu machen. Damals hatte man natürlich nicht ansatzweise die Möglichkeiten, Filme abzubilden in irgendeiner Form. Und das wurde 1976 erfunden von Will Crowther und das war im Wesentlichen auch gar keine Geschichte. Das war so eine Höhlenexpedition. Es war eine Serie von Räumen, die der Computer beschrieben hat. Und dann immer, wenn man in einen Raum kam, gab es halt diese kurze Beschreibung und dann gab es halt eine Texteingabe. Und dann konnte man frei Text eingeben. Und dann musste man sich die Befehle sozusagen ausdenken. Oder es stand natürlich welche im Handbuch dazu oder in der Dokumentation dazu. Aber dann sagte man solche Sachen wie, gehe nach Norden, nimm die Fackel und derartige Dinge. Und es war eigentlich ganz einfach eine Schatzsuche. Und das hat aber dann ein ganzes Genre inspiriert, nämlich die Textadventures, die dann Anfang der 80er ziemlich groß wurden. Richtig eins der führenden Genres waren in den 80ern. Und aus den Textadventures sind ja dann später die Grafikadventures gekommen, die ja die 90er dominiert haben. Und da gibt es eine Kette von Story-Spielen oder von erzählenden Spielen bis heute hin. Genau, das ist ja auch, glaube ich, so wirklich das, was Adventure auch als Genre definiert, dass es auch mit Geschichten verbunden ist und das, was erzählt. Während andere Genres ja auch sehr viel spielmechanischer sind, wo dann die Geschichte, sage ich mal, eher im Hintergrund ist oder es im weitesten Sinne vielleicht noch ein Setting gibt, in dem das Ganze spielt. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt an die frühe Videospielgeschichte denkt, wurden Spiele wirklich auch als Spielzeug gesehen, oder? Es gab schon immer, ich finde, es gab schon immer zwei Stränge. Es gab schon immer das Spiele als Spielzeug. So die Arcades war ja auch was, wo man dann als Jugendlicher hingegen, hier in Deutschland gab es ja die Videotheken, da durfte man erst ab 18 rein, wegen der Geldspielautomaten. Aber Arcades im Ausland, diese Orte, wo halt dann diese ganzen Automaten aufgestellt waren, die waren eindeutig für so 12- bis 14-Jährige. Das war halt das typische Klientel, das ist ja hingegangen. Das sieht man auch, wenn die in amerikanischen Filmen gezeigt werden. Ja, das sind immer Kids, die da spielen. Und die ersten Videospielkonsolen oder auch so diese Homepong-Automaten, die wir eben genannt haben, das ist alles Spielzeug. Das wird alles im Kaufhaus verkauft und so. Und dann gibt es aber daneben so einen Strang, und das ist so ein bisschen eine Fortführung von dem, was wir da aus den 60ern kurz gesagt haben, von so einer Studentenbeschäftigung, so Experimente an den Unis. Die Unis hatten halt als einzige damals Computer. Man darf es echt nicht vergessen. Es gab natürlich große Computer in den Firmen, aber da wurde ernsthaft mitgearbeitet. Es gab da in der Regel auch nicht die Möglichkeit, am eigenen Arbeitsplatz was zu machen, sondern die Computer standen alle zentral. Und die Unis, die hatten Rechenkapazitäten, vor allen Dingen die Unis in den USA, wo auch viel herkommt. Die Dominanz der amerikanischen oder der angelsächsischen Spieleindustrie heute im Vergleich zur deutschen oder so, hängt auch damit zusammen, wie damals die Unis ausgestattet waren. Und die Studenten an den Unis haben schon immer Rechenkapazitäten missbraucht für Computerspiele. Und das war, da würde ich aber nicht sagen, dass die das als Spielzeug gesehen haben. Die haben das schon als Unterhaltung verstanden, logischerweise, ja, oder als Fun. Aber die Sachen waren dann eher verkopfter, komplexer, regelbasierter. Das war nicht für Kinder gemacht. Und auch dieses Adventure, was ich eben genannt habe, das Colossal Cave Adventure, das kommt eindeutig aus der Uni-Tradition. Genau. Und ein weiteres Spiel, was wir auch auf unserer Liste jetzt haben, ist A Rogue, was ja auch, glaube ich, ursprünglich erstmal in so einem Uni-Kontext entwickelt wurde und dann sich verbreitet hat. A Rogue ist genau auch ein Spiel, das an den Unis entstanden ist. Es ist ein bisschen ein erstaunliches Spiel, dass man viel sagen könnte. Wir haben es deswegen ausgewählt, weil Rogue ein paar Spielprinzipien festklopft oder festlegt, die bis heute wirken. Es gibt bis heute Spiele, die sich auf Rogues beziehen und die heißen Roguelikes oder Roguelites, logischerweise. Und das war das erste Mal, dass ein ganzes Genre nach einem einzelnen Spiel benannt wurde. Ein Roguelike ist ein Spiel, das ist wie Rogue, ein bisschen zumindest. Heutzutage gibt es Soulsborns und Soulslikes und noch andere Genres, die sich auf einzelne Spiele beziehen, aber das war das erste. Und das hat so ganz festgefügte Spielprinzipien. Eigentlich ist es, man würde heute sagen, ein Dungeon Run. Also ein Spieler geht in ein Verlies voller Monster und versucht, da Schätze zu finden. Aber es hat ein paar Besonderheiten, die für die damalige Zeit enorm waren und die auch dann lange Zeit nicht kopiert worden sind. Nämlich das Verlies, also der Dungeon, wurde immer ausgelost, ausgewürfelt, nach einem Regelset neu erstellt. Also jede Reise in den Untergrund war neu. Und der Charakter konnte sterben. Heutzutage, also früher gab es ja dann ganz oft Spiele mit, die halt mehrere Leben hatten. Und dann gab es Spiele, wo man nur Energie verloren hat und irgendwas in dieser Art. Und dann gibt es Spiele, wo man gar nicht sterben kann. Aber das war halt ein super hartes Kriterium, weil der Charakter ist richtig gestorben. Man nannte das Permadeath und dann musste man neu anfangen, war das ganze Spiel vorbei. Und diese Spielprinzipien, die wurden dann halt später mal wieder entdeckt. Diese prozedurale Entstehung dieser Dungeons, die halt technisch entwickelt werden. Dieser Permadeath, diese Rollenspielaspekte um Rogue rum. Und das hat dann heute, beeinflusst heute noch Game Designer. Genau, aber es wurden ja auch andere Genres noch in den 80ern begründet. Wir haben auch Aufbaustrategiespiele beispielsweise oder generell Strategiespiele, die sich auch sehr von Brettspielen haben, glaube ich, inspirieren lassen. Und da haben wir Kaiser als Beispiel ausgewählt, eine Produktion aus Deutschland. Das ist in vielerlei Hinsicht so exemplarisch für Deutschland, weil Deutschland gilt als das Land der Handels- und Wirtschaftssimulationen. Das ist eine deutsche Tradition. Ich bin nicht ganz sicher, warum das in Deutschland so stark ist und in anderen Ländern viel weniger stark. Also ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die einfacher zu programmieren sind und dass in Deutschland man nicht diesen Riesenmarkt hat und dass das alles Einzeltäter waren. Und in den anderen Ländern hat sich viel früher eine Art von Computerspieleindustrie etabliert. Und Kaiser ist ein Werk eines Einzelnen, eines Autoren quasi, ist von Markus Mergaard. Ist ein bisschen, also wenn man ganz ehrlich ist, hat er da einfach ein anderes Spiel mal entdeckt und das ein bisschen nachprogrammiert. Peruvia hieß das und sich dem, also das will ich sagen nachprogrammiert, aber sich da stark angelehnt und davon eine deutsche Version gemacht. Und das war aber, wie es damals halt so lief, er war halt Schüler, er war halt 16, als er das geschrieben hat. Und dann hat er das versucht, über Zeitschriften zu vertreiben, Anzeigen in Zeitschriften, dann einzelne Disketten selber kopiert und so. Dann kam halt so ein Typ aus der Spielebranche, hat ihm für ein paar tausend Euro die gesamten Rechte abgekauft, hat das Spiel rausgebracht, es gab noch tausend Versionen davon, war ein Riesenerfolg, hunderttausend Stück verkauft, er hat nie wieder was davon gesehen. Ja, und dann hat er irgendwann gesagt, das ist ihm alles, das ist ja alles gar kein richtiger Job hier, Computerspiele machen, ich werde lieber Lehrer und dann ist er Lehrer geworden. Und auch schön, ja, ist halt dann der Schülerschaft erhalten geblieben, dieser coole Typ. Aber ist insofern eine sehr deutsche Geschichte, dass da halt Leute früh rausgedrängt worden sind, die vielleicht noch eine Riesenkarriere gemacht hätten oder die noch andere schöne Spiele geschaffen hätten. Und so ist es ein Unikat geblieben, hat aber dann für die anderen deutschen Entwickler, hat es halt ein Riesenfeld geöffnet. Und da sind dann halt eine ganze Reihe von Wirtschaftssimulationen entstanden, die sich direkt oder indirekt darauf bezogen haben. Und das war in den 80ern und in den 90ern ein boomendes Genre. Ist es heute auch noch, aber es ist heute nicht mehr so deutschlandexklusiv. Du hast auch sehr exemplarisch eigentlich so eine typische Karriere auch geschildert, dass es ja in der frühen Zeit wirklich Einzelentwickler waren. Also in dem Fall gender ich auch ganz bewusst nicht, weil es war auch eine Männerdomäne und höchstens kleine Teams. Und das erklärt auch mit, in Anführungszeichen, wenig Produktionsaufwand. Wenn ein Spiel dann doch irgendwie zum Hit wurde, konnte dann auch sehr, sehr viel Geld umgesetzt werden. Und dadurch wurde das so als, ja, auch Branche sehr attraktiv. Und man konnte da ja wirklich auch als Publisher dann doch, wenn man die richtigen Spiele hatte, sehr viel Geld verdienen. Aber es gab ja dann auch irgendwann diesen großen Crash, also dass dann einfach zu viel auf dem Markt war und zu viele auch schlechte Spiele und man da nicht so richtig unterscheiden konnte. Es war jetzt nicht immer nur der reine Goldrausch, sage ich mal, sondern auch da ging es hoch und runter. Und auch Kopierschutz war so ein Thema. Also ich kann mich erinnern, in den 90ern, ja, da hat man auf dem Schulhof oder sonst wie irgendwie das Ketten getauscht und die ganzen Spiele, ja, also das Spiel hat ja damals irgendwie 100 Mark gekostet. Und als Kinderspielzeug ist das nicht gerade billig. Also man hat ja ein Spiel dann nicht nur eins zu Hause, sondern auch mehrere. Und auch ein Kopierschutz, an den ich mich sehr, sehr gut erinnern kann, ist der von Monkey Island. Ja, dem Spiel lag eine sehr schön gemachte Drehscheibe bei. Und wenn man das Spiel gestartet hat, hat man so ein Piratengesicht gesehen, aus zwei Hälften zusammengesetzt. Und wenn man die auf der Drehscheibe entsprechend, ja, zusammengeführt hat, dann konnte man eine Jahreszahl ablesen oder gab es verschiedene Orte. Und es war die Frage beispielsweise, wann wurde dieser Pirat in Tortuga gehängt? Und dann hat man auf der Scheibe geschaut, okay, Tortuga 1726. Und ja, so konnte man die Kopierabfrage lösen. War eine sehr, sehr schöne Art, war auch ein sehr, sehr schöner Kopierschutz. Nur hat er uns nicht davon abgehalten, den Kopierschutz oder die Scheibe einfach auseinanderzunehmen und dann den Kopierschutz zu kopieren und dadurch, ja, auch zu umgehen. Und da merkt man auch, dass gerade in den 80er, 90er Jahren einfach vieles noch nicht so ausgereift war im Hinblick auf auch die Geschäftsmodelle und so weiter. Also die 80er sind so ein Findungsjahr. In den 80ern findet sich die Branche, in den 80ern finden sich Genre-Konventionen, in den 80ern finden sich die Plattformen. Du hast es gesagt, ja, die Konsolen werden erst groß, dann crashen sie, dann finden sich aber die erfolgreichen Konsolen und Nintendo etabliert sich als starker Player und Atari bleibt auf der Strecke. Der PC fängt an, stärker zu werden, der in den 70ern noch nicht da ist, so richtig. Der IBM-PC fängt ja erst 1981 an als Plattform. Der Amiga und der C64 und die anderen Heimcomputer kommen jetzt ins Spiel und ersetzen ein bisschen das, was an anderer Stelle verloren geht, der Branche. Und also wenn man Spiele auch derzeit spielt, dann merkt man immer so, jeder Entwickler hat noch eine eigene Bedienkonvention gehabt. Der hat immer noch versucht, das Rad wurde jedes Mal neu erfunden. Und heutzutage sieht man ja, wenn man ein Spiel in die Hand nimmt und dann ist die Controllerbelegung ähnlich und man hat so das Gefühl von, man bewegt sich in einem vertrauten Raum und das war halt damals noch überhaupt nicht. Und diese Sachen werden so in den 80ern langsam festgelegt, nicht zentral, sondern durch Versuch und Irrtum und damit es in den 90ern dann richtig losgehen kann. Und in den 90ern entstehen dann größtenteils diese gigantischen Marken und die ikonischen Marken und die großen Firmen, die es heute noch gibt. Ja, also wir erwähnen später noch mal Fortnite, eines der größten Spiele der letzten Jahre. Milliardenumsatz, die Firma, die dahinter steht, auch die das heute betreibt, wird 1991 gegründet, damals als Epic Mega Games. Heute heißen sie nur noch Verschämt Epic Games. Genau, also was auch besonders interessant ist, ist einfach der popkulturelle Einfluss, also den gerade die 80er, 90er auf die Gaming-Kultur haben. Also auch Figuren wie Pac-Man, Super Mario, die sich in der Zeit etabliert haben, Sonic und so weiter. Die sind alle sehr früh entstanden und ja, also bei Super Mario merkt man es ja, am Anfang war es ja Jumpman oder halt irgendwie, oder vor Super Mario gab es ja noch Jumpman und das Spiel zu Super Mario war dann Donkey Kong und keiner hätte ahnen können, zu was für Ikonen diese Figuren werden. Und gerade Nintendo schafft es ja super, auch diese Marken über Jahrzehnte, muss man ja sagen, auch ja, auf der einen Seite weiterzuentwickeln, aber auch immer wieder aufzugreifen. Man merkt, wie sehr dieser Grundstein aus den 80er, 90ern das Ganze geprägt hat. In den 90ern selbst gab es ja dann auch noch einige, ja, auch technische spannende Entwicklungen. Zum einen gab es dann irgendwann die CD, wow, man hatte plötzlich ganz viel Speicher. Was macht man mit Speicher? Ja, man knallt voll mit irgendwie Filmen und Audiodateien. Es war auch irgendwie ein bisschen unbeholfen komprimiert, aber da dachte man, die Zukunft der Spiele werden interaktive Filme sein. Es gibt, glaube ich, jetzt nicht so viele tolle Beispiele für interaktive Filme aus den 90ern, die gut gealtert sind. Aber was ja hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall die Entwicklung in der 3D-Grafik. Also, dass man, die Interaktivität bei Filmen war dann tatsächlich zu gering. Und während dann so die 2D-Grafiken ja, sage ich mal, in der 16-Bit-Ära so ziemlich erschöpfend auch genutzt wurden und man da auch ganz tolle Looks etc. etabliert hat, kamen dann mit der 3D-Technik eben neue Möglichkeiten und eben auch in Kombination mit der neuen Hardware, mit der CD auch als Speichermedium und so weiter auch natürlich Möglichkeiten, größere Spiele zu bauen oder halt auch Spiele eben mit 3D-Engines. Genau. Und ja, spannend wurde dann auch zu, ja, in den 90ern auch Half-Life als eins der, also 3D-Shooter haben sich ja dann entwickelt. Wir hatten erstmal Wolfenstein, Doom und so weiter. Und die haben natürlich für viel Kontroverse gesorgt und haben aber selten eine tiefgründige Geschichte erzählt. Und dann gab es mit Half-Life eins der ersten Spiele, was tatsächlich auch aufgrund seiner Geschichte in die Annalen der Spielehistorie eingegangen ist, weil es auch geschafft hat, das Ganze irgendwie interessant zu inszenieren. Und was aber auch noch mit einherging, waren die Möglichkeiten, Spiele auch zu verändern und zu modden. Also Half-Life war dann auch deswegen so interessant, weil man da auch Variationen, sogenannte Mods machen konnte. Und eine davon, ja, kennt eigentlich jeder, also heutzutage immer noch. Counter-Strike. Und diesbezüglich habe ich auch eine kleine Umfrage gemacht bei uns im Team und auch in der Computerspielschule. Also nicht nur zu Counter-Strike, sondern generell, um ein bisschen eine andere Perspektive noch einzubringen. Und habe da auch mal gefragt, was für euch denn so prägende Spiele waren. Boah, für mich ganz klar Counter-Strike irgendwo. Gerade dieses Gambling, Skins, gemeinschaftlich zusammen kämpfen auf dem Sportrennen, das war auch für mich so das erste Spiel. So gemeinsam mit einer 5er Pre-Lobby irgendwo reinrennen, gemeinsam Spaß haben. Also für mich ganz klar Counter-Strike. Auch Thema E-Sports hat ja damit großmächtig angefangen, die ganzen Events, online live zuschauen, hingehen. Und auch dieses ganze Sticker-Game mit den entsprechenden Stickern von 2017 und bla bla bla, die auch einen entsprechenden Wert inzwischen haben und so. Also ganz klar Counter-Strike. Da sieht man natürlich schön, dass das jetzt, dass das ja immer noch da ist. Ja, Counter-Strike, wir sprechen über Counter-Strike, das Spiel aus den 90ern. Ja, das ist damals gestartet als Modifikation zu Half-Life. Also als Erweiterung, Fan-Erweiterung würde man fast sagen. Ja, als Fan-Erweiterung zu Half-Life, weil die Leute, die Half-Life gemacht haben, die Firma Valve, ihr Spiel offen gehalten haben, um das zu erlauben. Das hat nicht jeder gemacht. Das musste der Hersteller von sich aus vorziehen. Entschuldigung, das musste der Hersteller von sich aus möglich machen. Seine Tools offenlegen, damit Spieler das machen konnten. Und das hat halt zu dieser mega erfolgreichen Marke geführt, die heute noch ganz bekannt ist. Und wie hübsch der eine gesagt hat, dass es da auch um Skins geht. Das war halt natürlich am Anfang, hat noch niemand dran gedacht, in diesem Spiel da Skins zu tauschen. Und das war ein reines Schießspiel, ja. Und heutzutage ist das ein Milliarden-Marktplatz, wo er mit den Skins mehr Geld verdient wird, fast als im E-Sport. Genau, und E-Sport war ja auch quasi mit durch Counter-Strike auch geprägt, was die Ego-Shooter angeht. Und auch parallel dazu StarCraft, auch ein ganz wichtiges Spiel der End-90er, hat dann nicht nur auch interessanterweise auch das Storytelling im Singleplayer, dafür war es auch bekannt, aber vor allem als Multiplayer-Spiel. Und es hat im Gegensatz zu anderen Strategiespielen auch einen asymmetrischen Multiplayer geboten, also dass es verschiedene Fraktionen hatte, die dann unterschiedlich waren. Und bis heute wird ja StarCraft, insbesondere auch in den asiatischen Ländern, es ist der Nationalsport. Also schon lange wurden da, sag ich mal, Stadien gefüllt, bei E-Sport-Turnieren etc. Das ist so wie hier in Deutschland, sag ich mal, die erste Fußball-Bundesliga. Das ist gerade, sag ich mal, in den 90ern, äh nicht in den 90ern, so 90er hin zu den 2000ern. Und da kam eben auch die Entwicklung mit dem Internet, kommen wir aber gleich noch dazu. Aber ein anderes wichtiges auch Spiel, was heute auch bei uns, ja, einfach immer dazugehört, auch in der Computerspielschule, ist FIFA. Also das wird auch von Jahr zu Jahr, gibt es natürlich immer neue FIFA, also es wird immer neu aufgelegt. Erstmal, jetzt, wenn wir FIFA nennen und Counter-Strike schon genannt haben und StarCraft schon genannt haben, jetzt haben wir die heilige Dreieinigkeit des E-Sport. Ja, also es gibt einen kleineren E-Sport-Bereich, wo Strategiespiele gespielt werden. Es gibt einen starken E-Sport-Bereich, wo Shooter gespielt werden. Und es gibt einen sehr starken E-Sport-Bereich, wo Sportspiele gespielt werden. Und bei den Sportspielen ist es eigentlich immer nur FIFA. Das hat natürlich damit zu tun, unter anderem, dass im E-Sport man gerne auch Sponsoren hätte und die Sponsoren früher nicht so gerne Schießspiele gesponsert haben. Und deswegen wurde immer gesagt, ja, wir sind ein reiner FIFA-Clan. Ja, wir machen nur FIFA. Bei uns ist alles ganz harmlos und jugendfrei und geben Sie uns mal euer Geld. FIFA ist eine Serie auch aus den 90ern. Das ist von der Firma Electronic Arts. Electronic Arts ist so eine Firma, also war dann eine ganze Zeit lang eine der größten Spiele für die größte Spielefirma der Welt und gilt so ein bisschen als Moloch und wurde auch von manchen Spielern dann gehasst als die seelenlose Buchhalterfirma, die mit den Spielen nicht so fair umgeht. Und das war, es ist aber, die heißen ja Electronic Arts und das war gegründet als eine Künstlervereinigung quasi. Die haben ganz offen lauter unterschiedliche Spiele gemacht, alle, also keine zweiten Teile von irgendwas, ganz unterschiedliche Spiele, die sie gekauft haben von Einzelentwicklern. Und je nachdem, der Entwickler ist hingegangen, hat die ihnen irgendwas vorgeschlagen und dann haben sie es gekauft. Und dann irgendwann hatten sie einen solchen Erfolg mit dem Spiel Madden, das ist benannt nach dem Sportreporter John Madden und das ist ein Spiel über Football, American Football. Und dann sind sie umgeschwenkt von da an und haben gesagt, so, wenn wir so viel Erfolg haben mit einer offiziellen Lizenz, sie hatten dann die offizielle Lizenz der NFL, das war das offizielle Spiel der National Football League und jetzt machen wir das mal so richtig. Und dann haben sie noch zwei große Lizenzen gekauft von Sportverbänden, nämlich von der FIFA, also dem großen Weltfußballverband und von der National Hockey League, also der amerikanischen Eishockey Liga. Und dann kamen halt die Spiele FIFA und NFL, die dann auch von, wie bei Madden, diesen jährlichen Rhythmus übernommen haben. Und die sind dann von Jahr zu Jahr massiv gewachsen. Anfangs haben es dann noch externe Studios für EA gemacht, haben sie das noch eingekauft. Dann haben sie hinterher ein eigenes gigantisches Sportspielstudio gegründet und haben das da gebündelt. Und das sind Milliarden Franchises, also Milliarden Marken für diesen Publisher gewesen. Die ganze Firma lebt davon. Und insbesondere FIFA ist heutzutage ein gigantisches Spiel, weil FIFA irgendwann das Geschäftsmodell gewechselt hat. Und FIFA war halt immer ein Spiel, das hast du halt im Laden gekauft. Und dann hast du halt 60 Dollar gezahlt, 60 Euro gezahlt oder 100 Mark oder was nachdem, in welchem Jahr du warst. Und dann hast du es halt gespielt wieder ein Jahr lang, kam das nächste. Das ist schon, hat was wie so ein Abo. Und dann später haben sie dann halt Free-to-Play-Elemente reingetan, diese Lootboxen, du kannst jetzt diese, kriegst du so kleine Packungen, wo du dann rare Spieler drin hast oder also ein bisschen wie bei Panini-Karten oder wie bei Magic-Karten so. Und das hat dann die Umsätze nochmal wesentlich getrieben und das ist jetzt eine der größten Computerspielmarken umsatzmäßig, die ist FIFA. Ja, genau dieses Ultimate-Team-Modus mit den, ja, auch Zufallspacks, die man da kriegt. Also das ist ja das Fiese, man weiß ja nicht mal, was für ein Spielermann-Bergway kommt. Und das ist echt ein Thema für sich, also das für uns auch in der Medienpädagung eine große Rolle spielt, da auch so ein bisschen drüber aufzuklären. So erstmal harmlos FIFA auch zu sein scheint. Also wenn wir da irgendwie diskutieren, sind ja Spiele, Shooter etc., die irgendwie Gewalt beinhalten, sind ja immer dann die, über die man viel diskutiert. Aber dass sowas harmloses wie ein Fußballspiel tatsächlich auch ein sehr trügerisches Geschäftsmodell noch dahinter hat, das, ja, sehen Eltern zumindest erst auf den zweiten Blick, sage ich mal. Aber um bei den großen Franchises zu bleiben, also auch prägend, auch in den 90ern entstanden und auch gerade auch in unserer Umfrage, die ich jetzt bei uns im Team und auch bei unseren Computerspiel-Schulbesucherinnen gemacht habe, Pokémon. Also man kann nicht quasi über die 90er, 2000er reden ohne über Pokémon zu reden. Und auch hier habe ich einen kleinen Einspieler vorbereitet. Pokémon Rot-Blau. Ich glaube, man muss nicht so viel dazu erzählen. Super universelles Spiel. Also Pokémon, das ist ja auch schon ein altes Spiel und das spielt man ja auch heutzutage noch. Es ist nicht nur meiner Kindheit präsent gewesen, sondern auch Generationen davor und danach. Weil Pokémon ist immer noch ein Ultra-Riesen-Franchise. Das ist das mächtigste Franchise der Welt immer noch heute, nach über 20 Jahren. Und es ist einfach so eine Geschichte, wo man denkt, oh ja, das muss ich spielen, deswegen. Dieses Sammeln von Figuren und das Tauschen, das war schon sehr revolutionär und würde ich definitiv sagen, dass es mit die Spielegeschichte am meisten geprägt hat. Wie toll. Es ist halt ein altes Spiel, wie Sie sagen. Ja, und das ist ja richtig. Das erste Spiel der Pokémon-Serie ist von 1996. Das kommt genau in diesem Zeitraum. Und es kommt auf einer Plattform, die damals schon alt ist. Das ist nämlich das erste Handheld-Spiel, über das wir heute sprechen. Das erscheint auf dem Game Boy. Der Game Boy ist zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen raus. Die ernsthaften Spieleentwickler gehen da gar nicht mehr drauf. Das Gerät ist jetzt so ein bisschen alle. Man wartet auf den Nachfolger. Aber das ist dann halt billiger geworden über die Zeit und wird jetzt halt viel von Kindern genutzt, die Game Boys zu der Zeit in Japan. Und dann gibt es eine Firma namens Game Freak, die entwickelt dieses Spiel. Es ist ein einfaches Rollenspiel, wo man mit Monstern gegeneinander kämpft oder Monster gegeneinander kämpfen lässt. Taschenmonster, Pocketmonsters oder in der Verkürzung halt Pokémon. Und dann bringen sie das, dieses halbfertige Spiel, bringen sie zu Nintendo. Und die hatten mit Nintendo schon vorher Kontakt und haben für die Spiele entwickelt. Und dann fragen sie die Nintendos, ob sie das auch kaufen wollen. Und Nintendo erkennt quasi instant, dass das super ist und bringt dann selber noch einen Aspekt ein, an den der ursprüngliche Entwickler nicht gedacht hat, nämlich diesen Sammelaspekt, dass der total wichtig sein könnte. Und das wird ja dann später der Slogan der Serie, Gotta catch them all, also schnapp sie dir alle. Und dann Shigeru Miyamoto, der Erfinder von Mario und anderen ikonischen Figuren von Nintendo, der sagt, pass mal auf, dieses Pokémon, mach da doch zwei Versionen von. Mach doch mal zwei Spiele und dann haben die beide nicht alle Monster und da kann man die tauschen zwischen den Spieleversionen und das machen wir am Game Boy mit einem Kabel. Und das war mindestens 30 Prozent, würde ich sagen, des späteren Erfolges, dass Leute dann angefangen haben, das auch sozial zu nutzen auf eine Art. Also sie kämpfen zwar vielleicht gegeneinander oder spielen miteinander, aber die Tatsache, dass du ein anderes Set hattest und jemanden anderen, jemanden in Deutschland hießen die dann halt rot und blau, dass du, wenn du eine rote Version gekauft hast, noch die blaue brauchtest, um alle Monster zu kriegen und mit jemandem darüber verhandeln musstest oder den fragen musstest, ob das mal ausgetauscht werden kann, das war schon ein ziemlicher Geniestreich und Pokémon, wo kam dann halt auch relativ schnell jährliche Spiele raus, wechselte die Plattformen, gab dann relativ schnell, ein paar Jahre später schon eine Fernsehserie, die auch gigantisch wurde, später Kinofilme. Pokémon ist jetzt, zu dem Zeitpunkt, als wir das aufnehmen, wahrscheinlich die größte Popkulturmarke der Welt. Also die wertvollste, die mit dem meisten Umsatz. Genau so ist es und das war, wie du sagst, echt ein Geniestreich, einfach auch diese Vernetzung. Es war derart virales Marketing, also dass man halt wirklich sagt, es breitet sich aus, also man braucht ja Freunde, die man dann wiederum damit ansteckt, die dann auch da mitmachen und wie gesagt, das hat auch wie kaum eine andere Marke, also es gibt noch eine, kommen wir nachher noch dazu, sag ich mal, die Jugendkultur auch geprägt und sowohl jetzt bei uns im Team, sag ich mal, unsere Mitarbeiter, die sind alle so Mitte 20 rum, die schwärmen noch von Pokémon, aber auch die Kids, dadurch, dass ja immer wieder was Neues rauskommt und inzwischen sind wir, also am Anfang hat es ja irgendwie mit 150 oder so angefangen, inzwischen sind wir bald beim tausendsten Pokémon, also das ist wirklich eine, sagen wir mal, fast endlose Reihe und ja, dieses Kabel war auch ein interessanter Punkt und auch, ja, sag ich mal, eine Zeitenwende, als dann, also in den Endneunzigern oder Anfang 2000, da kann ich mich noch gut erinnern, wie wir dann die Rechner irgendwie zu Freunden geschleppt haben, weil man wollte ja gemeinsam spielen und das waren ja diese legendären Lahnpartys, wo man sich dann für ein Wochenende eingeschlossen hat, erst mal den ersten halben Tag damit verbracht hat, den Rechner irgendwie zu verknüpfen, zusammenzufügen, auch da braucht es immer einen, der sich irgendwie ein bisschen mit Netzwerktechnik auskannte, aber zum Beispiel gab es den immer im Freundeskreis und das wurde ja dann, ja, immer weiter, sag ich mal, obsolet, als dann das Internet aufkam und da auch wieder ganz, ganz neue Spielwelten ermöglicht wurden, also sowohl im großen Sinne, also ganz bekannt natürlich, World of Warcraft war ein Spiel, 2004 ist es rausgekommen, das hat über ein Jahrzehnt, sag ich mal, ja, auch so die Spielekultur geprägt, es gab, ich weiß nicht, wie viele Millionen Spielerinnen, Spieler, die da aktiv waren, sich in dieser Welt auch verloren haben, also im Positiven wie auch im Negativen und das, ja, wie gesagt, World of Warcraft einfach ein riesen Meilenstein gewesen und davor natürlich gab es auch davor schon Online-Rollenspieler, also Ultima Online war eins so der ersten, ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch aktiv ist, aber natürlich hat es auch so einen, ja, sehr großen Einfluss gehabt, aber World of Warcraft ist das, was einfach popkulturell und halt einfach auch, ja, im Sinne der großen Reichweite bis heute noch, sag ich mal, nachhaltet und es wird ja auch noch gespielt und es wurden jetzt auch wieder so quasi die alten Versionen wieder aufgezogen. Das war ein Dimensionssprung, man kann das gar nicht mehr, also man kriegt das heutzutage gar nicht mehr so gut zusammen, aber es gibt tatsächlich so eine Art Online-Rollenspiele schon quasi seit Anfang an, seit es Computerspiele gibt, so. Das wurde ganz früh, wurden da so, MUDs hieß das, Multi-User-Dungeon in den 80ern schon erfunden, wo man dann so mit Textgrafik und so da in Dungeons rumlaufen konnte, so. Das war immer ein totales Free-Copy, ganz am einen, am äußersten Ende des Marktes waren die Leute, die nicht nur Computerspieler waren, damit waren sie ja schon Außenseiter, sondern auch noch das Online-Verständnis hatten und vielleicht das Geld sogar, sich solche, solches Equipment zu kaufen. Und in den 90ern kamen dann die ersten Massage-V-Multi, die ersten Online-Rollenspiele aus, auf die MMOs, Meridian 95 und so und man hatte dann so das Gefühl, als EverQuest rauskam, ein paar Jahre später, dachte man, so das ist es jetzt, so das ist der Markt, so diese Spiele, EverQuest war ein total ausgefeiltes Spiel, schon ziemlich wie World of Warcraft, so man hatte Helden, konnte Aufträge erledigen, hatte Mobs, hatte verschiedene Rollen, so alles schon, schon so und das Spiel hatte um die 200.000 Abonnenten in der Spitze, so da dachte man, okay, das ist der Online-Rollenspielmarkt, 200.000, das ist schon kein schlechter Markt, so kann man sich drauf wagen, wenn man Spielehersteller ist und, aber es ist halt eine Freaksache, so und dann kam World of Warcraft, hat alles ein bisschen schöner, ein bisschen zugänglicher, ein bisschen einfacher, ein bisschen cooler gemacht und World of Warcraft hatte in der Spitze 12 Millionen Spiele, also ein richtiger Quantensprung nochmal für das Genre und dann ist das Genre durch die Decke gegangen in den 2000ern und jetzt schon vorgreifend, Ende der 10er Jahre ist es wieder verschwunden, so ist halt, es wurde dann ersetzt durch andere Genres. Und auch noch sehr früh in dieser Internetzeit gab es auch Spiele, die, sage ich mal, also World of Warcraft war natürlich ein Riesengame, was auch extrem aufwendig dann produziert war und ausgebaut wurde und da schauen wir wieder nach Deutschland, da gab es auch ein ganz, ganz kleines Spielchen, was aber trotzdem, also bei mir im Freundeskreis plötzlich alle gespielt haben und man selber nicht drum rum kam, weil das ein nettes, kleines Browser-Game war, O-Game. Du kannst dich auch noch dran erinnern, als es aufkam? Ich habe ja mal bei der Firma gearbeitet, die O-Game gemacht hat, bin ich einigermaßen im Bilde, was das angeht, O-Game kam 2002 raus, das war so ein Langeweile-Projekt von einem Entwickler namens Alexander Rösner, der hatte gerade eine Firma verkauft, hatte nicht recht, was zu tun, hatte Geld, musste nicht arbeiten, hat dann bei sich zu Hause auf dem Rechner ein Online-Spiel, so ein Strategiespiel, wo verschiedene Völker im Weltraum gegeneinander kämpfen. Ich meine, O-Game heißt einfach Online-Spiel, ja, also viel einfacher kann man es nicht machen und das Spiel läuft bis heute, so das hatte auch, also hatte seine Höhepunkte nicht 2002, 2003 oder 2005, sondern das hat schon bis in die 2020er, bis 2020, Quatsch, bis, ja, bis 2020 hat es noch immer neue Spielerrekorde, neue Umsatzrekorde gefeiert, so das war ganz, ganz erstaunliches Spiel, dass da eine ganze Firma wurde darauf aufgebaut, die Firma Gameforge, die hat am Anfang nur dieses Spiel gehabt, ja, und das nur entstanden, um dieses Spiel zu betreiben. Also eine ganz erstaunliche Geschichte und die Browser Games, das war eine, also quasi eine deutsche Erfindung, also das gab es in der Größe und in der Bedeutung nur in Deutschland und da waren deutsche Firmen mal weltweit führend für eine ganz kurze Zeit, das ist ja im Gaming oft nicht so und das war so, weil es, weil da plötzlich, es gab es wieder einen Paradigmenwechsel, das gab es halt häufiger, dass in der Spielebranche ist es ganz oft so, dass halt alle einem Trend folgen, dann ist der Trend wieder hin und dann machen alle wieder was anderes und hier war es so, da kamen plötzlich Leute ins Gaming, die gar keine Gaming-Fans waren oder die gar keine lange Gaming-Erfahrung hatten, aber die Web-Erfahrung hatten und die gedacht haben, so, unsere Web-Strategien, so wie man Web-Sachen betreibt und Web-Applikationen baut, das müsste doch auch mit Gaming funktionieren und dann, da haben die ersten, die Leute, die damals auf der Playstation gespielt haben oder auf dem PC, die haben da, die Nase gerümpft, ja, über diese super einfachen Online-Spiele, so, aber die haben ihre Spielerschaft gefunden, ja, Hunderttausende von Spielern im Fall von Allgame, teilweise gleichzeitig und, und die sind dann sehr groß geworden und wurden dann abgelöst von einer ähnlichen Sache, wo die Deutschen aber nicht mehr führend waren, nämlich von den Facebook-Spielen. Das kam dann Mitte der Nuller auf und dann wurden plötzlich die Spiele innerhalb von Facebook groß und die haben nach ganz ähnlichen Regeln funktioniert. Das waren keine Spiele, die man so am Stück durchgespielt hat, wie so ein Monkey Island oder, oder, oder die man halt kurz und intensiv, dauerhaft gespielt hat, wie World of Warcraft oder Counter-Strike, sondern das waren halt Spiele, die sich alle zwei Stunden mal gemeldet haben und da hat man ein paar kleine Entscheidungen getroffen und dann sind die eigenen Flotten losgeflogen, die eigenen Schiffe losgefahren, die eigenen Karawanen losgezogen und in zwei, drei Stunden später kamen die dann irgendwo an, da hat man wieder ein paar kleine Entscheidungen getroffen und hat wieder was, also es waren so Nebenbeispiele eher. Das Gemeine war, es lief ja in Echtzeit und in dem Fall wirklich nicht Echtzeit im Sinne von Echtzeit-Jurgie-Spiel, sondern im Sinne von, ja, okay, ich muss dann halt alle paar Stunden auf die Uhr schauen und ich kenne Freunde, die sich halt mitten in der Nacht noch einen Wecker gestellt haben, um sich dann einzulocken und dann die Flotte noch zu verschieben, weil natürlich nachts loben sich es eher, dann irgendwie jemanden zu überfallen. Also hatte schon ganz, ganz fiese Mechaniken drin. Genau, aber faszinierend fand ich auch, dass es super minimalistisch war. Also am Anfang, das hatte kaum Grafiken, so irgendwann kamen dann so kleine Bildchen noch dazu, aber es ist insgesamt, sage ich mal, recht technisch, ja, natürlich als Browser-Game klein geblieben und so ein bisschen die Gegenentwicklung, also auch in dem Sinne, dass Spiele auch gerade um die 2000, 2010 herum immer größer und immer bombastischer wurden, war Grand Theft Auto. Also GTA 3 insbesondere, also 1 und 2 waren ja noch so top-down von oben, 2D-Grafik und mit GTA 3 hatte man zum ersten Mal so wirklich so eine große 3D-Spielwelt in einem Blockbuster-Spiel, was wie gesagt auch eine ganz, ganz große Reichweite hatte. Genau, das war dann so ein Spiel, das mal so, also das war mal ein Spiel, das auf der Popkultur drauf lag. So, das hat dann lauter Popkulturelemente übernommen, parodiert, hatte dann so Gang-Kriegs-, Gang-Auseinandersetzungen als Thema, Gangster-Filme als Thema und es hat diese freie Welt geschaffen, der man rumfahren konnte, aber als Solospiel, ja, die Online-Rollenspiele, die dann halt relativ gleichzeitig stark wurden, hatten natürlich auch eine frei begehbare Welt, aber hier war es halt ein Solospiel, eine Situation und eine Stadt als Metapher, sowas spielte halt in einer Stadt und diese Stadt war dein Turf sozusagen, in der konntest du dich frei bewegen und das war halt in 3D und super inszeniert mit Audio, mit Musik, das war echt, also ein richtungweisendes Spiel damals und das hat ja dann auch eine Serie begründet, die heutzutage möglicherweise eine der wichtigsten Spiele-Serien ist, die es so gibt. Genau, und GTA V läuft ja bis heute, dann wiederum online, also jetzt merkt man wieder, dass wenn wir das zusammenkommen, dass man sagt, okay, da holt man auch diese Aspekte des Online-Spiels zusammen, aber ohne diese ganz komplexen Mechaniken, also wenn man sich gerade verglichen mit World of Warcraft, wo man im Endgame ja, sag ich mal, ein Studium gebraucht hat und die ganzen Strategien und Taktiken zu verinnerlichen, hat GTA so als Actionspiel, sag ich mal, einen sehr viel niederschwelligen Zugang und hat halt eben bis heute noch, so sag ich mal, diese große Wirkung. Und ja, wie gesagt, online hat in dem Sinne auch nochmal eine zweite große Rolle gespielt, in dem Sinne, dass man weg vom physischen Datenträger gehen konnte, also plötzlich gab es Online-Shops, also für, ich meine, Browser-Game, klar, das lief sowieso online, aber auch für größere Spiele. Natürlich ist hier Steam zu nennen, auch von Valve, also die haben dann gerade mit Half-Life 2 und damals auch Portal, was auch als Nebenprodukt wieder so ein bisschen die Analogie zu Counter-Strike noch mit erschienen ist, ja, Riesenerfolg gefeiert, aber sich natürlich auch sehr viel Kritik erstmal eingeholt und ich weiß noch, die Diskussion, ja, diese Kontenbindung, dass ich dann jetzt extra einen Account anlegen muss, natürlich auch mit dem Kopierschutzgedanken, der dadurch ja tatsächlich gewirkt hat, also insofern, sage ich mal, bis zu den 2000ern, CDs konnte man auch noch ganz gut brennen oder LAN-Partys, was da alles hin und her geschoben wurde, will ich gar nicht erläutern, aber dann plötzlich durch Sekundenbindung, was erstmal super skeptisch aufgenommen wurde, hat man es geschafft, da irgendwie eine Ordnung reinzukriegen und auch Geschäftsmodelle zu etablieren, dass man sagt, okay, jetzt gibt es halt hier die Spiele, ich muss jetzt nicht unbedingt einen Datenträger haben, so kann man mir die auch so holen und dadurch sind auch beispielsweise wieder kleine Studios relevant geworden, die sich jetzt keinen großen Vertrieb leisten konnten, sondern gesagt haben, wir wollen unser Spiel nur noch online vermarkten oder kriegen dadurch auch eine gewisse Reichweite, also ich glaube, da diese Bedeutung dieser Online-Plattformen, ja, allen voran, wie gesagt, auch Steam und sowas, kann man nicht unterschätzen in der ganzen Spielhistorie. Steam ist quasi kritische Infrastruktur, ja, das ist halt, das entsteht heutzutage in nahezu jedem Bereich entsteht irgendeine kritische Infrastruktur, die den Bereich zusammenhält, ja, also Amazon im Einzelhandel, ja, oder was weiß ich, Coinbase im Kryptobereich, irgendwie muss das entstehen, damit der Markt sozusagen einen Fokuspunkt hat und es ist, glaube ich, egal, wer das macht, es setzt sich, glaube ich, der durch, der das als erster konsequent macht und es gab am Anfang noch ein Rennen darum, wer diese, dieser zentrale Shop der Spielebranche werden würde und Valve hat halt die Installation von Steam erzwungen, wenn du Half-Life 2 spielen wolltest und das war ein ganz cleverer Move. Zufällig hatten sie auch eines der Spiele, auf das Leute gewartet haben und dann hatten sie plötzlich durch Half-Life 2 und natürlich dann hinterher auch durch Counter-Strike und so, hatten sie plötzlich das Spiel auf Hunderttausenden von Rechnern und dann haben sie erst ihre eigenen Spiele darüber vertrieben und das dann geöffnet für andere Spiele, für Spiele von anderen Leuten. Die großen Hersteller, Electronic Arts, Ubisoft, die haben alle sich dagegen gewehrt und wollten da nicht hin und so, aber die haben das dann nach und nach etabliert und heutzutage ist das ja ein Milliarden-Business, das ist einer der wichtigsten Player, nichts wegzudenken aus dem PC-Spiele-Bereich und die meisten anderen Stores sind danach nachmodelliert, haben ähnliche Fähigkeiten und so und die meisten anderen Stores gehören einzelnen Herstellern, die das im Wesentlichen wie ihre eigenen Spiele gemacht haben, Origin bei EA oder PlayStation Store oder derartige Dinge so. Aber Steam war der erste komplett unabhängige Store, der halt auch Spiele von anderen Leuten sozusagen dann eingekauft hat und das hat die Spieleentwicklung zumindest mit, wie soll ich sagen, demokratisiert. Dann kurz danach kamen halt die offenen Engines, ja, Unity und also kurz danach, also schon zu der Zeit konnte man Engines auf dem Markt kaufen, also Spieleentwicklungskomplettsätze möchte man sagen, ja, eine komplette Technologie, in der man ein Spiel machen konnte. Am Anfang war das ein totales Experten-Ding, ja, es gab die Source-Engine von Valve und die Unreal-Engine von Epic und dann kam, jetzt sind wir aber schon in den Zehnern, kam Unity, sehr viel günstigere Engines, einfacher zu bedienen. Die Firma kam aus Dänemark und hatte sich wirklich die Demokratisierung der Spielebranche auf die Fahne geschrieben und diese Kombination, dass da eine Engine war, eine Technologie war, die professionell aussehende Spiele hervorbringen konnte und dass es einen Shop gab, wo man sie einstellen konnte und musste am Anfang nicht viel mehr machen, ja, es gab halt noch nicht so viele Spiele, man hat es erst mal in den Shop getan, die Leute haben es da gefunden, ja, man brauchte nicht riesiges Marketing und Anzeigen und Videotrailer und sowas und das hat dann den Aufschwung der Indie-Games, der halt in den 2010ern war, wahnsinnig vorangetrieben und das hat ein ganz neues Feld aufgemacht, ja, eine ganz neue Art von Spielen, viel mehr Spiele. Ich habe bei der GameStar gearbeitet, also eine Zeitschrift damals, Ende der 90er habe ich da angefangen, da haben wir jeden Monat 30 Spiele getestet, ja, heutzutage kommen, keine Ahnung, über 100 Spiele am Tag raus und das ist ein großer Teil davon halt auf Steam, ja, ein großer Teil davon, etwa 50 Prozent mit der besagten Unity Engine, ja, die halt das wirklich, wirklich vorangetrieben hat. Ja, und da ist jetzt wieder Sichtbarkeit halt ein großes Thema, also selbst kleine Studios, ich meine, die können zwar sich dann präsentieren, aber die Frage ist, ob sie dann gesehen werden, ob sie in diesen ganzen großen Brei dann nicht untergehen und nachdem man zwischendrin tatsächlich keinen Publisher, also auch ohne Publisher irgendwie vorankam, sind jetzt wieder Publisher irgendwie wichtig, die einem da auch helfen, Spiele sichtbar zu machen. Also super spannende Entwicklungen und auch ein reines, sag ich mal, Online-Stores haben wir natürlich auch im Mobile-Markt. Also das ist auch die zweite mega große Entwicklung, auch wenn man jetzt sich die Umsätze anschaut, ja, tatsächlich neben diesen eigentlich Hardcore-Gamer-Spielen gibt es halt extrem viele Mobile-Games, die auch in den Casual-Bereich gehen, zu großem Teil und eben auch ganz neue Zielgruppen erschlossen haben damit. Also während früher brauchte man, sag ich mal, einen teuren Heimcomputer oder eine Konsole zu Hause, um dann mit Spielen anzufangen, jetzt ein Smartphone kriegt jedes Kind, sag ich mal, spätestens ab der fünften, sechsten Klasse, die meisten sogar früher. Und das Erste, was man natürlich macht, sich irgendwelche Spiele runterzuladen. Und wow, komischerweise kosten die auch fast alle irgendwie nix. Das freut die Kinder natürlich ganz besonders. Und ja, eins der größten, auch prägendsten Spiele in der Hinsicht war Clash of Clans. Clash of Clans, ja. Das ist das Rollenmodell der Free-to-Play-Spiele, der Free-to-Play-Strategie-Spiele. Man nennt das, du hast Casual gesagt und das ist auch so. Es gab halt viele Spiele von, in Mobile haben sich an Einsteiger oder wenig Spieler gewandt und Clash of Clans hat das nicht gemacht. Clash of Clans gilt als Mid-Core, also nicht Hardcore und nicht Casual, sondern so dazwischen. Also ein komplexes, aufwendiges Strategiespiel, aber mit den Möglichkeiten von Mobile. Und man hat früher in der Mobile-Entwicklung immer gesagt, wir machen den Starbucks-Loop. Man muss während eines Starbucks-Cafés, also etwa fünf Minuten lang, während einer Spielzeit von fünf Minuten, muss man eine sinnvolle und abgeschlossene Aktion im Spiel machen können. Und danach muss man es wieder pausieren können, sonst funktioniert Mobile nicht. Und das ist ja auch so, man setzt sich ja nicht hin, um eine Stunde Mobile zu spielen. Also heute schon eher, aber damals hat ja kein Mensch dann gedacht, das vor sich auf den Tisch zu legen und dann damit zu spielen. Ja, das heißt, man hat halt unterwegs gespielt und da mussten halt die Sachen viel schneller funktionieren und viel leichter zu durchdringen sein und so. Mobile ist ein bisschen eine Erbschaft aus den einstelligen 2000ern. Wir haben das Geschäftsmodell Free-to-Play, also die Spiele sind erstmal kostenlos, aber du kannst dann Fortschritt im Spiel oder Komfortfunktionen im Spiel für Geld kaufen, auch für relativ viel Geld. Wenn man alles kauft, was im Spiel Clash of Clans zu finden ist, hat man sicherlich 30.000 Euro ausgegeben. Und wenn man alles in Clash of Clans freispielen möchte, ohne Geld auszugeben, dann hat man bestimmt sieben Jahre Wartezeit um den Dreh, so haben wir mal ausgerechnet. Und dieses Free-to-Play-Geschäftsmodell, das kommt aus den Nullerjahren. Das ist in Korea erfunden worden. Die Facebook-Spiele haben das alle übernommen. Die deutschen Browserspiele, von denen wir schon sprachen, haben das übernommen in unterschiedlichen Ausprägungen. Und das hat dieses Geschäftsmodell befeuert. Anfangs gab es ja noch Premium-Spiele auf Mobile zum größten Teil. Die haben dann halt drei, vier Euro gekostet oder zwei, drei Euro und so. Und Clash of Clans war dann der Champion der Free-to-Play-Spiele. Ein gutes Spiel. Also man muss es ehrlich sagen. Es ist ein sehr gutes Spiel. Exzellente Spielerführung. Macht auch heute noch Spaß. Er ist jetzt seit zehn Jahren alt. Und haben auch Kinder gern gespielt. Aber es war auch wirklich ein komplexes Spiel mit Clan-Strukturen und E-Sports-Elementen für Erwachsene und so. Und das war von der finnischen Firma Supercell, die damit so groß geworden ist, dass sie dann hinterher für zehn Milliarden Dollar verkauft worden ist. Ja, also ich muss selber sagen, ich habe ja selten tatsächlich auf Mobile irgendwelche Free-to-Play-Games zu spielen, sondern tatsächlich diese Premium-Spiele. Wobei Premium in dem Fall meistens heißt, dass Indie-Games dann auch Mobile-Ports noch gemacht haben. Also das findet man zum Glück auch heute noch von sehr schönen Spielen. Das sind dann eher so, sage ich mal, Nebenprodukte. Das haben wir auch gar nicht erwähnt. Das ist natürlich auch immer so eine Entwicklung. Klar, man hat dann irgendwie eine Lead-Plattform, für die man entwickelt. Und dann ist natürlich die Frage, wie weit will ich das jetzt ausfahren? Will ich das auf andere Plattformen bringen? Und wie gesagt, das waren so bei Mobile, das ist eher so ein Nebenprodukt, dass man da auch noch, sage ich mal, größere Spiele hat. Aber ja, du sagst es, das war das prägende Modell. Free-to-Play hat ja auch einen großen Nachteil. Du hast es ein bisschen angesprochen. Pay-to-Win ist da so das Stichwort, dass ich mir natürlich auch Spielfortschritt erkaufen kann. Und das ist unglaublich schwierig, da diese Balance hinzukriegen zwischen auf der einen Seite. Natürlich, warum soll ich mir, also auch diese Logik, wenn ich spiele, will ich ja spielen und will ich ja meine Zeit damit verbringen. Und gleichzeitig dann halt die Möglichkeit zu haben, diese Zeit zu verkürzen, indem ich Geld ausgebe. Und Spiele, die sich jetzt gerade in Spielerschaften oder unter Gamer-Kreisen eher durchgesetzt haben, man spiele die jetzt eben keine Pay-to-Win-Mechaniken haben, sondern, sage ich mal, ihre Monetarisierung über, ja, kosmetische oder optionale, ja, Sachen, die jetzt nicht direkten Einfluss auf die Spielmechanik haben. Und da das große, gerade auch zurzeit noch prägende Beispiel, auch in der Jugendkultur, ist natürlich Fortnite. Also, das ist auch ein kostenloses Spiel. Da sind wir wieder bei Epic. Der Kreis schließt sich. Die haben inzwischen auch einen großen, auch Online-Store, also Epic aufgemacht und sind tatsächlich auch ein Konkurrente zu Steam geworden mit der Zeit, aufgrund dessen, dass sie zum einen Fortnite hatten und zum anderen abartig viele kostenfreie Spiele raushauen. Also, das ist auch interessant. Das muss man erst mal können. Und der Grund, warum sie es können, ist in dem Fall Fortnite. Es ist insofern interessant, weil, also dieses Free-to-Play-Modell, das du ansprichst, das setzt ja drauf, dass es Spielern quasi Hürden in den Weg legt und das für Spieler so ein bisschen schwerer macht. Und dann kaufen sich die Spieler da sozusagen durch. Das ist das Modell, wenn man vergleichsweise wenig Spiele hat. Wenn man mit seinem Free-to-Play-Spiel unbegrenzt viele Spiele haben könnte, also die ganzen super großen Free-to-Play-Spiele, die setzen tatsächlich, die brauchen das gar nicht, die machen das gar nicht, weil sie mit den Mechaniken natürlich auch Spieler verschrecken. Und die machen dann so eine ganz lockere, ich gebe dir mal hier einen Bonus oder ich gebe dir einen schönen Hut oder einen Skin oder irgendwas so. Und Fortnite ist so das Beispiel der anderen Art der Free-to-Play-Monetarisierung, wo man halt gar nicht ins Gameplay eingreift oder man kann sich gar keine Vorteile kaufen. Das ist alles nur Optisch. Aber die Spieler auf den Servern sehen natürlich sehr deutlich, was du anhast, ob du den coolen Anzug anhast oder den Standardanzug. Und dann entsteht so ein sozialer Druck, so ein bisschen wie auch im Alltag, wo sich Leute dich angucken, gucken dich so ein bisschen judgy an und denken, das sieht man heute nicht mehr an, dass du da anhast. Und genauso ist es bei Fortnite auch. Quasi eine Verlagerung von Peer-Pressure, wie man sie in Freundeskreisen oder in Schulen kennt, halt in den digitalen Raum. Und Fortnite ist so groß geworden, so groß, insbesondere nochmal unter Covid, als wir die starken Lockdowns hatten, sind alle Multiplayer-Spiele gestiegen. Alle Spiele, die eine Art von Community gebaut haben, sind gestiegen. Und mir haben Leute von Epic erzählt, also von der Betreiberfirma, dass es halt viel mehr Leute gleichzeitig auf den Servern waren, ohne dass mehr Leute gespielt haben. Die Leute sind da hingegangen, um da zu chillen, um da Freunde zu treffen und da miteinander zu reden und so, weil das so eine Heimat war dadurch. Ja, also Fortnite hat, glaube ich, auch die Jugendkultur enorm geprägt. Und wenn man jetzt auch irgendwie Lehrer oder Eltern fragen würde, was die Kinder so verrückt macht und so, dann ist für die Fortnite irgendwie das prägende Spiel. Aber noch größer, noch prägender für die aktuelle Generation ist eigentlich nur ein Spiel. Und auch da würde ich jetzt noch mal ein letztes Mal auf unsere kleine Umfrage zurückgreifen und habe da auch noch mal den kleinen Einspieler vorbereitet. Minecraft, denke ich, ist da auch an dieser Stelle zu nennen. Ich glaube, ich habe selten ein Game erlebt, das eine ganze Generation von jungen GamerInnen und auch erwachsenen GamerInnen derart geprägt hat. Weil das war auch schon so ein altes Spiel und das hat mir auch mein Bruder gezeigt. Also auf jeden Fall Minecraft spiele ich seit 2013. Also das Spiel hat eigentlich nichts falsch gemacht. War halt mein Kindheitsspiel, weil ich das halt öfters gespielt habe. Und es war ja super. Boah, ich kann mich heute noch dran erinnern, wie ich damals mit meinem Kumpel bei dem war. Sein großer Bruder war da so 16, 17. Und wir sind bei dem gewesen und die hatten einen Laptop. Und ich weiß bis heute, wie wir da Minecraft gespielt haben und ich halt immer wieder zu diesem Kumpel gegangen bin, um Minecraft zu spielen auf diesem Laptop. Das war die 1.6 und eine richtig alte Version. Und ich erinnere mich heute noch dran, wie ich so ein Cobblestone-House mit Glowstone gebaut habe, neben Redstone-Lampen, die ich mit Lever aktiviert habe. So richtig ranzig, aber das ist so einfach, da hat es für mich angefangen, dieses komplette Gaming. Das war dieses Gemeinschaftliche und Minecraft-Kreativität mit Freunden und dieses Hype-Gefühl von Yo, ich gehe da jetzt hin, ich habe jetzt Bock zu zocken. Ich werde es nie vergessen, dass ich es immer wieder hatte, wenn ich angefangen habe, Minecraft zu spielen auf diesem Laptop. Das war einfach sehr, sehr cool damals. Und ich vermisse es ein bisschen. Ja, das ist zweifelsohne das beste Spiel der Welt. Immer wenn ich gefragt würde, welches das beste oder vielleicht auch das wichtigste Spiel der Welt ist, würde ich immer Minecraft sagen. Minecraft hat so viel getan für Spiele. Er hat so viele Kinder ans Spiel hingebracht, auf eine gute Art, auf eine positive Art. Es ist ja eine Art von, wie soll ich sagen, von digitalem Lego, wenn man das so nennen möchte. Es hat eine Kampfkomponente, aber es steht überhaupt nicht im Vordergrund. Kann man auch ganz gut ohne spielen. Ich habe super viel mit meiner Tochter gespielt. Wir haben einfach gebaut, immer zusammen gebaut. Sensationelles Spiel, um es zusammen zu spielen, mit anderen Menschen, mit Freunden. Es ist eins der wenigen Spiele, die so generationenübergreifend Spaß machen, dass man es mit den Eltern spielen kann, was ja sonst mal kein Mensch will. Ja, ist ja ganz klar. Aber das ist ein Spiel, das da gut funktioniert. Das ist das Ultima Stil. Das ist das Spiel der Spiele. Das ist es. Und es ist auch das Spiel, mit dem wir unseren Rückblick nun auch beenden. Und man muss auch sagen, aus medienpädagogischer Sicht könnte es schlimmer sein. Wenn man sich die Gymstudie anschaut, die die Mediennutzung bei Jugendlichen beobachtet, zeigt es, dass das auch selbst bei 17-, 18-Jährigen Minecraft immer noch das Spiel ist, was nicht nur am meisten gespielt wird, sondern die auch mit Abstand am meisten geprägt hat. Und spannend finde ich auch, also um jetzt so ein bisschen Fazit zu ziehen, dass Games inzwischen einfach so ein Bestandteil der Jugendkultur geworden sind. Und du hast zum einen erwähnt natürlich, dass jetzt die Eltern einfach mit den Kindern zusammenspielen. Also sprich die, die in den 80er, 90ern selber mit Spielen aufgewachsen sind, sind natürlich selber jetzt in der Situation. Ich habe jetzt auch einen kleinen Sohn, mit dem werde ich auch irgendwann dann anfangen zu spielen. Du hast ja auch als Elternteilerfahrung und spielst mit deiner Tochter. Und es ist halt einfach schön zu sehen, wie sich da der Kreis schließt. Zum anderen glaube ich aber auch, dass es einfach viel mehr in der Popkultur verankert ist. Also in 80 und 90 war das immer so eine Nische und man war dann halt so eine Subkultur. Die Gamer und so weiter wurden teilweise auch ein bisschen beäugt und auch als Nerds, Freaks etc. Inzwischen ist es einfach ein klarer Bestandteil der Popkultur. Gehört genauso dazu wie Musik und Film. Und auch der Zugang ist viel niederschwelliger. Also man braucht jetzt keine teuren Computer. Also wenn ich mir überlege, mein Bruder ist mit dem Amiga 500 eingestiegen. Auch der war jetzt nicht billig, um den anzuschaffen. Und so weiter. Jetzt hat man, wie gesagt, das Smartphone. Auch Konsolen sind, ja, aktuell gerade wieder ein bisschen teurer, aber trotzdem irgendwie noch erschwinglich. Und ja, PC etc. hat man meistens ja auch dann irgendwie zum Arbeiten. Also insofern auch der ganze Einstieg. Also das ist insofern nicht so ein bisschen die Gründe, wie das dazu kommt, dass heute das einfach der, ja, fester Bestandteil einfach der Jugend- und Popkultur ist. Oder wie siehst du das? Ich finde es ganz cool aus meiner Altherrensicht, dass das jetzt so selbstverständlich ist, dass es gar nichts Besonderes ist. Zu meiner Zeit und auch noch ein bisschen zu deiner, nehme ich an, war das halt was Besonderes. Es war was Einzigartiges. Das war, man war rausgehoben. Man konnte nicht mit allen Leuten auf dem Schulhof oder auch nur an der Uni darüber reden. Es haben auch Leute wie hiermit abgelehnt. Die Eltern sowieso, die Pädagogen, die Lehrer, die Uni-Professoren, alle haben das sowieso abgelehnt. Da war gar nichts Ernsthaftes zu machen. Und da haben wir halt gespielt. Dann fand man sich entweder je nach persönlicher psychologischer Disposition, hat man sich entweder geschämt oder war stolz drauf, je nachdem. Und heute ist das so selbstverständlich. Es steht einfach daneben. Es wird auch nicht überhöht oder so. Es steht einfach daneben. Und man sieht es, finde ich, wenn man sich halt die typischen Dinge anguckt, wo sich Jugendsprache oder Jugend-Popkultur-Referenzen manifestieren in Memes oder in der gesprochenen Sprache. Dann sieht man, wie viel davon aus dem Computerspiel kommt. Also im engen Rennen um das Jugendvorort des letzten Jahres war ja SUS, also für die Kurzform von Suspect. Und das kommt halt eins zu eins aus dem Spiel Among Us, aus einem Indie-Spiel von 2019, glaube ich, oder so. Und das schwappt jetzt so rüber. Und dann schwappen andere Trends, schwappen ins Gaming. Gaming steht jetzt halt einfach ganz gleichberechtigt neben dem Film und den Social-Media-Sachen, die halt die Popkultur ausmachen dieser Tage. So ist es definitiv. Und ich glaube, wir haben jetzt auch wirklich so einen Rundumschlag gemacht. Also wir haben natürlich jetzt nicht alles aufgegriffen. Man könnte jetzt natürlich auch über Streaming noch reden, welche Bedeutung auch Let's Player heutzutage haben und so weiter. Aber wir wollten ja besonders die Historie noch mal anschauen und auch den Weg dahin. Und auch wenn wir dann, wie gesagt, bei weitem nicht alle Spiele oder sonst was genannt haben, die irgendwie relevant sind. Also auch bei uns in der Umfrage kamen jetzt auch noch ein paar dazu, dass natürlich Super Mario, Zelda, Dark Souls, Animal Crossing und so weiter waren auch Spiele, die man hätte auch noch an der Stelle aufgreifen können. Aber wie gesagt, das war im Rahmen des Podcasts jetzt nicht möglich. Aber ich denke, wir haben trotzdem einen schönen Einblick bekommen. Zum Schluss noch eine Frage, ob es für dich persönlich irgendwie noch ein Spiel gab, was vielleicht jetzt nicht groß in die Spielehistorie geschafft hat, aber dich persönlich vielleicht irgendwie geprägt hat. und du sagst, ja, das war einfach aus meiner Kindheit, Jugend ein Spiel, was vielleicht keiner kennt, aber was für mich ganz, ganz besonders war. Da gibt es viele, aber ich habe ja so einen alteren Geschmack. Ich weiß nicht, ob das so taugt. Aber ich würde noch mal ein modernes Spiel nennen. Ich würde sagen, Elden Ring ist das Spiel dieses Jahrzehnts. Und das kam jetzt erst raus. Das ist halt ein Spiel aus der Souls-like sozusagen, aber mit einer offenen Welt. Und ich habe vorher Souls-likes gehasst und offene Welten gehasst. So als Spieler. Ich komme ja aus den 80ern mit diesem ganz engen Fokus und so. Und diese ganzen offenen Welten, das macht mich alles ganz irre so. Und Elden Ring war so sensationell. Das muss jeder spielen. Das ist mein Schlusswort jetzt hier. Vielen Dank. Es war mir wirklich eine große Freude, mit dir durch die Spielhistorie zu gehen. Vielen Dank noch kurz von mir. Und vielen Dank auch an alle, die ihre O-Töne beigesteuert haben in deiner Umfrage. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und man hört sich. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.